Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Zur Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Wir schalten jetzt um zur Tagesschau nach Hamburg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 West-Nachrichten dagegen sind beliebt, haben in der DDR Phantas- Untertitelung des ZDF, 2020 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 Plus ARD Online ist 27 Also 27 Angebote und alles zusammen heißt ARD Digital Ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, wie diese Digitaltechnik funktioniert. Aber irgendwie bekomme ich damit mehr Programme, ohne dass es mich mehr kostet. Und die Bedienung ist einfacher als vorher. Auf unserem Fernseher steht hierzu ein Kasten, der ist ZDF, der empfängt die ganzen Programme und hilft mir, wenn ich mal nicht weiterkomme. Tiger und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, am liebsten wäre mir jemand, der für mich ein bisschen Ordnung schafft und mir die Sendungen raussucht, die mich wirklich interessieren. Krimi aus der deutschen Arbeitsrealität von Thomas Bern. Eine elektronische Programmzeitschrift, darunter konnte ich mir erstmal gar nichts vorstellen. Dabei ist es eine echte Hilfe. Ich bekomme nützliche Programmhinweise und kann mir so überlegen, was ich sehen will und was nicht. Mehr Service, das gefällt mir. Darf ich dir vorstellen, das ist Herr Dr. Schwarz und das ist mein Mann. Sehr erfreut. Was ist das überhaupt für ein Mensch? Ist er seriös? Unter dieser Nummer bin es immer ich. Das ist nicht wahr. I just want your extra time and your kiss. Ich komme eigentlich aus Berlin, aber wohne jetzt schon seit Jahren in München. Von Brezen und Weißbier habe ich mich inzwischen gewöhnt. Und seit ich bei ARD Digital B1 wieder empfangen kann, fühle mich gleich doppelt zu Hause. Ein Smux ist ein neues Angebot auf ARD Digital. Dort werden die Sendungen des ersten Zeitversetzt ausgestrahlt. So können Sie genau das sehen, was Sie sehen wollen. Zu den Zeiten, die Sie bestimmen. Nur die Lottozahlen können wir Ihnen leider auch künftig nicht vorab zeigen. 1 extra ist der neue Infoservice bei ARD Digital. 1 extra bringt Hintergrundberichte, Reportagen und Dokumentationen über Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sorgfältig recherchiert, kompetent aufbereitet und spannend präsentiert. 1 Festival zeigt Serien und Filme, die mir bis heute entgangen sind. Preisgekröntes und Hitverdächtiges. Nichts gegen Hollywood. Aber ich bin froh, auf 1 Festival immer wieder Neues zu entdecken. 1 Festival ist ein neues Angebot herausragender Fernsehereignisse. Hier laufen ausgezeichnete TV-Serien und Fernsehspiele. Was machst du? Willst du das für uns kriegen? Ich habe vergessen, hier zu sagen, dass der Rückwärtslang immer noch nicht funktioniert. Dieses Kaptein Machmut-Spickling! Alles tun, was die sagen. Wie Sie sehen, ARD Digital ist Fernsehen, das auf Ihre Programmwünsche und Sehgewohnheiten eingeht. Statt noch mehr x-beliebiges Fernsehen möchten wir, dass Sie mehr vom Fernsehen haben. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Statt noch mehr x-beliebiges Fernsehen. Statt noch mehr x-beliebiges Fernsehen. Dies fördert die Aufmerksamkeit und trägt zur Wiedererkennung und Merkbarkeit bei. Sie ist die älteste Wüste der Welt und eine der unwirtlichsten dazu, die Namib. Trotzdem ist sie nicht ölt und leer. Hier leben erstaunlich viele Tiere. Einzigartig, inmitten der Wüste sind Elefanten zu Hause. Wie können sie hier an diesem extremen Ort überleben? Die Antwort am Sonntag in Erlebnis Erde. Wie können sie hier an diesem 좋다 auch krimioren sein? Seitdem die 움hebigen Provenh смотреть. Das Erste Das Erste Das Erste In den Ersten läuft's! Im Ersten läuft's! Das Erste 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 Vielen Dank.